Das Architekturbüro Lauer & Lebock gibt es jetzt seit 32 Jahren. Wir sind zurzeit zehn Mitarbeiter. Unser Hauptaufgabengebiet ist Bäderbau, Industriebau und öffentliche Bauten. Seit längerer Zeit machen wir auch vertieft ein- und mehr Familienwohnhäuser. Unser größtes Projekt war die Sanierung der Lukas-Kranach-Grundschule in Kronach mit ungefähr acht Millionen. Außerdem die Erweiterung und Sanierung des Halmbazienburghausen mit ähnlich acht Millionen. Wir haben im Moment fünf Drucker im Einsatz. Zwei Großdrucker. Von Epson der letzte Großdrucker, der vor allem auch Großformate scannen kann, der uns sehr viel hilft und vor allem auch in der Farbqualität hervorragend ist. Für uns ist wichtig, dass die Geräte multifunktional einsetzbar sind, dass wir schnell und günstig unsere CAD-Pläne ausgeben können, aber auch hochwertige Präsentationsdrucker mit diesen Geräten anfertigen können. Und die Epson-Geräte begeistern uns immer wieder, dass auch in dieser sogenannten Einstiegsklasse eine hervorragende Qualität für Fotos und Visualisierungen erreicht werden kann. Wir arbeiten in der Filiale Darmstadt mit dem neuen T3100. Das Gerät ist sehr kompakt, ist also ideal für einen kleinen Nebenstandort, ist auch relativ preisgünstig und damit auch freundlich für Einsteiger oder wenn mehrere Geräte für Filialen erworben werden müssen. Neben dem Rollendruck ist es auch möglich, A4-Papier als Stapel einzulegen und mehrere Seiten automatisch drucken zu lassen, wie von einem Office-Gerät. Wir nutzen das Gerät sowohl für den A4-Office-Druck wie auch für den CAD-Plandruck. Darüber hinaus können wir auch noch sehr hochwertig Fotografien und Visualisierungen auch auf hochwertige Papiere mit dem Gerät drucken. Es ist also ein echtes Allround-Gerät für uns. Gerne nutzen wir die Wi-Fi-Fähigkeiten der Drucker, weil wir mit Laptops arbeiten und uns freier bewegen im Büro. Mit der Epson Pigment-Tinte fertigen wir wasserfeste Ausführungspläne für die Baustelle an. Die können tagelang im Regen liegen und schwimmen nicht weg. Die wasserfeste Tinte kennen wir bei anderen Einstiegsmodellen nicht. Was uns besonders gefällt ist, dass die hochwertige Farbkalibration ab dem ersten Druck präzise Farbwiedergabe erlaubt. Beide T-Modelle überzeugen uns mit präziser Detailwiedergabe selbst bei hoher Druckgeschwindigkeit im Draft-Modus. Für uns ergänzt der neue 24-Zoll-Drucker mit seiner Möglichkeit DIN A1 zu drucken perfekt die große DIN A0-Maschine mit 36 Zoll im Hauptbüro. Bei den neuen Shure Color T-Serie-Modellen hat Epson kompakte Abmessungen und günstigen Preis mit hervorragender gewohnter Epson Qualität verbunden.